Bauchspeicheldrüsenentzündung erkennen und behandeln. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Nehmen wir mal an, Sie haben mit starken Schmerzen im Oberbauch zu tun. In der Mitte, aber auch links und rechts davon fast so wie ein Gürtel. Sie gehen zu Ihrem Hausarzt, der tippt auf die Entzündung der Bauchspeicheldrüse und er rät Ihnen dringend, das abklären zu lassen, denn damit ist nicht zu spaßen. Und wir sprechen jetzt über die Therapie einer solchen Pankreatitis. Bei mir ist Dr. Dirk Seeler, er ist Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie am Asklepios-West-Klinikum Hamburg. Herr Dr. Seeler, schön, dass Sie Zeit haben. Ja, vielen Dank. Bauchspeicheldrüsen, Entzündungen, Pankreatitis, was ist denn das jetzt genau? Also die Bauchspeicheldrüse ist eine große Drüse, die im Oberbauch liegt, hinter dem Magen, knapp 20 cm lang ist und verschiedene Funktionen hat. Die wesentlichen Funktionen sind einmal eine sogenannte endokrine Funktion, das heißt im Wesentlichen Hormonausschüttung in das Blut direkt für den Zuckerstoffwechsel. Das zweite ist die sogenannte exokrine Funktion, das heißt es werden Verdauungssäfte produziert und in den Dünndarm abgegeben, um Proteine, Fett und Kohlenhydrate zu verdauen. Und das ist auch das Problem, das heißt bei der Bauchspeicheldrüsenentzündung werden diese Verdauungssäfte durch unterschiedliche Faktoren zu früh aktiviert und lösen dann in der Bauchspeicheldrüse selber einen starken Entzündungsreiz und Gewebsschäden aus. Ach so, das heißt die fängt dann an sich selbst zu verdauen quasi? In letzter Konsequenz ja, das heißt das sind eben sehr stark wirksame Enzyme, die dann eben da auch anfangen das Bauchspeicheldrüsengewebe und bei schweren Verläufen auch die Umgebung sozusagen quasi tatsächlich zu verdauen. Wodurch kommt das? Das gibt unterschiedliche Ursachen, es gibt zwei ganz große Blöcke, das eine sind Gallensteinleiden, das heißt Gallensteine selber in der Gallenblase haben eigentlich kein großes Problem was das angeht, die können aber in den Gallengang rutschen. Der Gallengang mündet im Dünndarm zusammen mit dem Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse, bei dem eben diese Verdauungssäfte in den Dünndarm gegeben werden und wenn jetzt ein Gallenstein im Gallengang vor dem Ausgang, da ist so ein Ringmuskel, der quasi wie ein Ventil funktioniert, dort festklemmt, dann wird eben auch der Bauchspeicheldrüsengang mit abgedrückt und abgeklemmt und das heißt es stauen sich diese Verdauungssäfte in die Bauchspeicheldrüse zurück und dann kommt das zu dieser Entzündung. Das ist so der eine große Block, der zweite große Block ist eine schädige Wirkung des Alkohols bei starkem Alkoholkonsum, wobei man weiß den Mechanismus nicht exakt, wie es zu dieser Entzündung kommt, weiß aber schon, dass es eine Abhängigkeit von der Dosis gibt. Es müssen aber weitere Faktoren da auch eine Rolle spielen, weil eben nicht jeder Patient, der stark Alkohol trinkt, kriegt eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, sondern ungefähr fünf Prozent der Alkoholiker wiederum erleiden eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, das heißt es muss auch noch eine genetische Disposition, also eine Veranlagung da eine Rolle spielen. Auch noch andere Gifte außer Alkohol? Ja, Rauchen ist ein Risikofaktor für die Entwicklung von Bauchspeicheldrüsenentzündungen. Dann können es Medikamente sein, bestimmte Chemotherapeutika, auch manche Antibiotika oder Entwässerungsmittel. Es kann Autoimmunentzündungen geben, es kann anatomische Anomalien geben, die das begünstigen, den Abfluss des Bauchspeicheldrüsensekretes verschlechtern und dort zu Problemen führen. Es kann auch mal nach medizinischen Eingriffen passieren in sehr seltenen Fällen. Also es gibt eine große Brandbreite von Ursachen und es gibt auch ein paar Patienten, wo man die Ursache nicht fassen kann. Aber ich glaube, die häufigste ist doch die, die durch Gallensteine eigentlich entstehen. Ja, das ist der größte Block. 80 Prozent, oder? Ja, 80 Prozent sind, sagen wir mal, Gallensteine und Alkohol zusammen. Und davon der etwas größere Teil auf die Gallensteine projiziert, bei Frauen etwas häufiger als bei Männern. Bei Männern wiederum ist Alkoholinduzierte Pankratitis etwas häufiger. Aber Gallenstein ist eben ein ganz relevanter Block, auch deshalb, weil es eben auch therapeutisch relevant ist, für die Therapie eben festzustellen, ob ein Gallenstein im Gallengang klemmt, weil der natürlich dann beseitigt werden muss, um sozusagen auch die Ursache dieser Bauchspeicheldrüsenentzündung zu beseitigen. Womit wir bei der Diagnose wären. Also wenn ein Patient zu Ihnen kommt mit dem Verdacht und Sie denken, es könnten Gallensteine sein, dann werden Sie ihn untersuchen. Wie machen Sie das? Ja, erstmal ist die Frage der Diagnose der Bauchspeicheldrüse, steht ja erstmal voran. Das heißt, ist wirklich eine Bauchspeicheldrüsenentzündung Ursache der Beschwerden? Es könnten natürlich auch die Gallensteine in der Gallenblase zum Beispiel sein, die das machen, ohne dass eine Bauchspeicheldrüsenentzündung vorliegt, die aber auch starke Schmerzen und kolikartige Schmerzen verursachen können. Es könnten Magen- oder Zweifingerdarmgeschwüre vorliegen oder manchmal auch sogar Herzerkrankungen, Herzinfarkte, die auch im Oberbauch eben Schmerzen machen. Das heißt, erstmal ist ja die Frage, liegt eine Bauchspeicheldrüsenentzündung überhaupt vor? Das ist der erste Schritt. Das kriegen wir in aller Regel über Laborwerte raus, dass man bestimmte Enzyme im Blut nachweist, die eben stark erhöht sind bei Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das ist dann schon mal ein sehr klarer Hinweis. Dann folgt eine konventionelle Ultraschalluntersuchung, wie Sie die meisten wahrscheinlich schon mal erlebt haben. Von außen mit einem Ultraschallgerät, da guckt man eben die Bauchspeicheldrüse an, guckt nach Veränderungen und schaut eben auch, ob die Gallengänge Auffälligkeiten haben, ob da vielleicht eine Erweiterung als Hinweis auf einen Aufstau durch einen festklemmenden Stein nachzuweisen sind oder direkt tatsächlich auch einen Stein nachzuweisen ist. Ja, wozu diese genaue Diagnose? Weil wir gerne wissen möchten, also ob der Gallenstein vorliegt, weil das eben ein relevantes Problem ist. Man muss den eben dann entfernen und um nicht unnötig Eingriffe durchzuführen zur Entfernung eines Gallensteins, der nachher dann vielleicht gar nicht da ist, muss man vorher natürlich sicher sein, dass man auch wirklich den Gallenstein als Ursache identifiziert hat, der eben im Gallengang klemmt. Das gelingt mit dem Ultraschall von außen, je nach sozusagen Geräte- und Untersucherexpertise im relativ hohen Prozentsatz, aber eben nicht zu 100 Prozent, weil wir häufig die letzten wenigen Zentimeter vor der Bündungsstelle nicht gut einsehen können, weil das häufig durch Darmluft überlagert ist. Und dann braucht man eben weitergehende Untersuchungsverfahren, um das nachzuweisen. Ja, nun hat der Patient, der zu Ihnen kommt, deutliche Schmerzen, oder? Ja. Dann bekommt er als erstes erstmal eine ordentliche Menge Schmerzmittel von Ihnen, oder? Ja, unabhängig davon muss natürlich die Akuttherapie erstmal gestartet werden. Das ist im Wesentlichen, es gibt keine Kausaltherapie für die Bauchspartelösenentzündung. Es gibt also kein Medikament oder irgendwas, was direkt ursächlich gegen die Bauchspartelösenentzündung wirkt, sondern es ist erstmal eine symptomatische Therapie. Und die Patienten haben in aller Regel sehr starke Schmerzen, brauchen also auch starke Schmerzmittel. Das zweite sehr große Problem ist, dass sehr viel Flüssigkeit ins Gewebe verloren geht bei einer Bauchspartelösenentzündung. Das heißt, man muss diesen Patienten sehr hohe Mengen an Infusionen zuführen, um den Kreislauf stabil zu halten und zu verhindern, dass sie dort in einen Volumenmangel geraten. Das sind so die wesentlichen Säulen. Früher hat man die Patienten initial nüchtern gelassen und erstmal eine Null-Diät sozusagen initiiert. Das macht man heutzutage nicht mehr. Das ist so traditionell gemacht worden. Aber es gibt eigentlich bis heute keine wissenschaftlichen Daten, die wirklich belegen, dass das einen großen Vorteil bringt. Das heißt, wir versuchen unsere Patienten so viel wie möglich wieder zu ernähren, weil man weiß, dass das eher ein Vorteil ist, wenn der Darm, also eben auch nicht intravenös, wenn man es vermeiden kann, sondern eben auch wirklich über den Magen-Darm-Trakt, entweder, dass die Patienten tatsächlich essen und trinken können oder eben über spezielle Ernährungssonden, die eingebracht werden, in den Zwölffingerdarm zu ernähren. Jetzt müssen wir ja aber die Steine daraus kriegen. Wie geht das? Also erstmal, wie schon angesprochen, müssen wir sicher sein, dass überhaupt ein Stein drin ist. Es gibt eine Methode, mit der man diese Steine entfernen kann. Das ist die sogenannte ERCP. Das ist eine Spiegelung der Gallenwege. Das heißt, man geht mit einem speziellen Endoskop in den Zwölffingerdarm. Dieses Endoskop hat, anders als die normalen Geräte, die man für Magen- oder Darmspiegelung kennt, die Optik zur Seite. Das heißt, man guckt fast im 90-Grad-Winkel zur Seite, was natürlich für das Endoskopieren selber eine Erschwernis darstellt. Aber man eben dann dieses Gerät optimiert hat für die Darstellung dieser Mündungsstelle, dieser sogenannten Papille, und hat dann Möglichkeit, mit Instrumenten über dieses Endoskop in diese Papille zu gehen, mit Drähtenkathetern dort Kontrastmittel einzubringen und dann unter Röntgenkontrolle die Steine darzustellen, diese Mündungsstelle etwas zu erweitern, zu eröffnen. In der Regel wird die eingeschnitten mit einem speziellen Messer, um dann Steine eben aus dem Gallengang zu entfernen. Und wie kriegen Sie die da raus, mit der kleinen Zange? Das geht mit speziellen Körbchen, mit denen die gefasst werden, oder mit Ballonkathetern, mit denen die dann aus dem Gallengang entfernt werden. Und handelt es sich immer um mehrere Steine? Nein, das kann ein ganz kleiner sein, der reicht. Manchmal findet man aber auch 20, 30, 40 Steine. Also das ist ganz unterschiedlich. Heißt das, dass Sie einen sehr langen Eingriff dann haben? Das ist unterschiedlich. Das kann 10 Minuten dauern. Das gibt auch mal Eingriffe, die eine Stunde und eineinhalb Stunden oder länger dauern. Das ist ganz unterschiedlich breit gefächert. Ja. Kann es auch sein, dass Sie da nochmal später wieder ran müssen und sozusagen die Stelle erstmal freihalten müssen, denn das Gewebe reagiert ja auch wahrscheinlich. Ja, es ist so, dass häufig im Rahmen der akuten Entzündung das Gewebe auch deutlich verschwollen ist. Das heißt mitunter und dann ist natürlich auch die Frage, wie stabil der Patient ist. Das heißt unter Umständen, wenn man jetzt einen sehr kurzen Eingriff machen möchte zum Wohle der Patientensicherheit, dann kann es auch sein, dass man sich entscheidet, nicht alle Steine jetzt zu bergen im ersten Eingriff, sondern dann wird ein sogenannter Stent eingelegt. Dann kann man sich vorstellen als Kunststoffröhrchen, was so drei, dreieinhalb Millimeter Durchmesser hat, was dann eben den Abfluss aus dem Geeingang eben sicherstellt. Ja. Wenn Sie diesen Eingriff beendet haben und Sie haben das Gefühl, Sie hätten alle Steine raus, ist dann der Patient auf der sicheren Seite? Was das Auslösende im Moment sozusagen angeht, ja. Das heißt, der Galleabfluss ist wieder gewährleistet und auch Probleme, die durch den Galleaufstall entstehen, auch das sozusagen kann ja Probleme machen, auch die Gallenwege können sich entzünden und massiv zu einer Verschlechtung des Befindens und der Beschwerden beitragen. Der Teil ist ja sozusagen dann erstmal beseitigt. Die bauchspeichende Entzündung, die vielleicht schon angelaufen ist, die kann auch nach der Intervention trotzdem noch weiterlaufen und sozusagen sich auch noch weiter verschlechtern. Warum? Weil einfach diese Verdauungsvorgänge sozusagen, das heißt die Entzündungsabläufe, das Freisetzen von Giftstoffen, der Gewebeuntergang eben schon gestartet ist und dann auch eine gewisse Eigendynamik entwickelt, die mitunter eben nicht gleich zum Stehen kommt. Mit welchen Folgen für den Patienten? Das kann erstmal Schmerzen bedeuten. Das kann bedeuten, dass der Patient eben Organschäden erleidet, sogenannte Nekrosen. Das heißt, Gewebe geht unter. Das betrifft sowohl die Bauchspeichdüse, betrifft aber auch dann vorwiegend das Fettgewebe in der Umgebung, kann aber auch Nachbarorgane betreffen. Und dieses untergegangene Gewebe ist eben das, was dann einen schwereren Verlauf kennzeichnet zu einer Bauchspeichdüseentzündung. Die meisten Patienten, etwa 80 Prozent, erleiden zum Glück einen milden Verlauf, sind nach ein bis zwei Wochen auch wieder zu Hause. Und ein kleinerer Prozentsatz hat eben einen schweren Verlauf, wo es eben zu diesen Nekrosen, zu diesen Gewebsuntergängen kommt, die dann eben auch Probleme machen können. Die können sich infizieren, was dann immer eine sehr ernste Situation ist. Und man muss dann eben auch diese Nekrosen behandeln. Auch die kann man dann trainieren. Die kann man endoskopisch entfernen heutzutage. Und das wird in der Regel, weiß man heutzutage, dass man einen möglichst wenig invasiven Eingriff für solche Maßnahmen machen sollte, weil man aus alten Studien weiß, dass früher, als man versucht hat, so etwas in größeren Stile zu operieren, die Prognose sich eher verschlechtert hat. Das heißt, heute macht man entweder chirurgisch oder eben gastroenterologisch. Und mit einem möglichst kleinen Eingriff verschafft man sie einen Zugang zu diesen Nekrosen, wenn sie dann infiziert sind, um sie zu trainieren, wenn sie flüssig sind. Das heißt, dort einen Schlauch einzulegen, der das ableitet, dieses flüssige Gewebe. Oder eben sie tatsächlich auch aktiv auszuräumen. Ja, das heißt also, das sind ja dann zum Teil schon noch Komplikationen, die eintreten, während man noch im Krankenhaus ist, wo man einfach sagen muss, Pech gehabt. Also das heißt, länger bleiben und nochmal dann ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Also das kann bei ganz schweren Verläufen durchaus auch ein Krankheitsbild sein, was sich über Monate hinzieht und nicht über Wochen. Ja. Es gibt ja noch die chronifizierte oder die chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung, die ja, wie Sie ja sagten, durch Gifte, exogene Gifte zum Beispiel, entstehen kann, also Alkohol, Zigaretten, solche Dinge, ist die im Wesentlichen, was unterscheidet die von der akuten, vielleicht auch im Umgang mit ihr? Ja, erstmal natürlich die Stärke der Beschwerden und das akute Krankheitsgeschehen fällt da eben in der Regel weg. Das heißt, wie gesagt, die meisten akuten Patienten oder Akutpatienten mit Pankratitis haben eben sehr starke Schmerzen, erhebliche Beschwerden, möglicherweise Kreislaufprobleme müssen eben akut auch intensivmedizinsch häufig behandelt werden. Bei der chronischen Pankratitis ist es häufiger ein schleichender Verlauf, wo es einfach chronische Entzündungen gibt, die auch mal in Schubweise verlaufen können, dann auch Schmerzschübe machen können, die aber in der Regel nicht so stark sind wie bei einer ganz akuten Pankratitis und die aber eben das Problem haben, dass es im Verlauf eher zu einem Gewebsuntergang, zu einem Umbau des Gewebes kommt, eben nicht akut durch diese Verdauungsenzyme, sondern einfach ein bindegewebiger Umbau einsetzt. Man kann sich das vorstellen, die Bauchspeicheldrüse vernarbt immer mehr, es kommen dann Verkalkungen dazu und das kann dann eben auch wieder zu Problemen führen, dass eben auch dieses Pankreasekret eben nicht richtig in den Dünndarm abtransportiert werden kann. Auch das kann zum Aufstau der Gallenwege führen. Und eben auch zu einem Funktionsverlust, das ist dann auch ein wesentlicher Punkt in der Behandlung der chronischen Pankratitis, dass man eben den Funktionsausfall bei einer ausgeprägten Pankratitis ersetzen muss. Das heißt, zum einen gibt es die Möglichkeit, dass jemand Diabetiker wird, einfach über den Produktionsverlust des Insulins in der Bauchspeicheldrüse, dass man dann eben von außen zuführen muss, was ja im Prinzip kein Problem ist heutzutage, aber natürlich dann schon eine Einschränkung für den Patienten bedeutet. Und das Zweite, dass man eben auch dem Verlust an Verdauungsenzymen gegenwirken muss, der dazu führt, dass die Patienten einfach schlechter verdauern, häufig Durchfälle haben, sehr fettige Stühle haben, aber eben auch Gewicht verlieren und sozusagen eine Mangelernährung aufweisen. Auch diese Enzyme kann man heutzutage ersetzen, einfach, dass man sie zu den Nahrungen sozusagen in Kapselformen dazu nimmt. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!